ja nun bin ich doch tatsächlich auch nominiert worden für die ice bucket challenge ich habe gesagt na gut ok das geht bestimmt an mir ungeschworen vorbei leider nein und ja ich stelle mich in gewisser weise dieser herausforderung ich nehme natürlich war mit dem wasser weg weil mit kaltem wasser weg waren keine flecken raus ja gut sauber ist es jetzt nicht geworden vielleicht soll ich doch lieber die waschmaschine nehmen aber ja wie gesagt ice bucket challenge hin ice bucket challenge her wer spenden möchte soll das tun wer mir was spenden möchte kann das auch gerne tun dem lasse ich meine kontonummer und bankdaten per mail wie auch immer bis dahin bescheid könnt ihr auch so viel draufpacken wie ihr wollt ansonsten nominieren tue ich kein entweder ihr macht mit oder lasst es bis dann und tschüss